Guten Tag und herzlich willkommen zu meinem heutigen Vortrag über die Bedeutung der Sicherheit beim Management von netzten Geräten, die in IoT-Lösungen eingebettet sind. Mein Name ist Vanessa Kluge und ich bin Produktmanagerin für die Digitalisierung und vertrete Contron AIS aus Dresden. Wir sind ein Software- und Automatisierungsanbieter für Anlagen und Fabriken in der Fertigungs- und in der Halbnet-Industrie. Wir sind auch Teil einer globalen Gruppe der Contron, die sich auf industrielle Hardware und Technologiedienstleistungen rund um das IoT konzentriert. Aber genug der Einleitung, lassen Sie uns eintauchen in das Thema. Ich bin sicher, dass jeder das Szenario kennt heutzutage, entweder weil sie das Glück haben, selber ein Elektroauto zu fahren oder dass sie jemanden kennen, der das tut. Und früher oder später müssen sie eben ihre Batterie des Elektroautos auch wieder aufladen. Da die Zahl der Elektroautos in den letzten Jahren enorm zugenommen hat, sei es durch Unterstützung von Subventionen oder zunehmende Bewusstsein für die globale Erwerbung oder gar den manuellen Alternativen dazu, auch die Anzahl der Landesstationen wird irgendwann zunehmen. Man sagt, die Verfügbarkeit habe einen starken Einfluss auf die Nutzung der Autos oder auch der Technologie selbst. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Was ich eigentlich sagen will, ist, dass die Ausbreitung groß und erkennbar ist, auch wenn es länger gedauert hat, das alle erwarten. Nichtsdestotrotz ist das Netz der Ladestationen in den letzten Jahren gewachsen. Laut Statistischem Bundesamt gibt es in Deutschland derzeit 33.000 Ladestationen. Und bis 2023 sollen es rund eine Million sein. Tesla zum Beispiel besitzt weltweit 50.000 Supercharger-Stationen, ebenfalls im Aufbau. Schauen wir uns die Lösung einmal genauer an. Was wünscht sich denn eine Kundin oder ein Kunde, wenn sie eine Stromtankstelle nutzen? Zum einen eine garantierte Verfügbarkeit, ein schnellen Ladevorgang und eine intuitive Benutzeroberfläche. Und natürlich auch ein einfaches Bezahlverfahren. Das wird durch die Technologie realisiert, die hauptsächlich auf Software basiert. Und dieses Beispiel ist nur ein Anwendungsfall. Und es gibt sehr, sehr viele andere. Zum Beispiel intelligente Zapfsäulen, Wandladeboxen, Parkplatzsysteme, Validatoren in Transportfahrzeugen. Und ich bin sicher, dass jeder von hier ein paar andere Anwendungsfälle auch kennt und die gleiche Merkmale aufweisen. Um letztendlich zusammenzufassen, was alle IoT-Lösungen wirklich brauchen, ist einzig oder allein sozusagen der Fokus auf die Edge-Devices. Hier habe ich aufgeführt, es stellt sich also die Frage, was ist das Wesentliche bei IoT-Lösungen? Zum einen soll das natürlich einfach und eine schnelle Kognitivität bieten. Eine hohe Sicherheit im Kern, jederzeit remote verfügbar, 24-7 verfügbar und natürlich sich auch dynamisch und möglichst selbst weiterentwickeln und eine hohe Skalierbarkeit bieten. Das bringt mich also zu der Frage, was ist essentiell für IoT-Lösungen? Was ist das Wesentliche daran? Was sie verbindet, ist zum einen, dass sie einfach und schnell eine Kognitivität herstellen können, dass sie sich in jedes Netzwerk verbinden können, dass Sicherheit im Kern vorhanden ist, dass sie jederzeit remote zugänglich sind und auch 24-7 verfügbar, dass sie möglichst dynamisch und sich auch selbst anpassen und dass eine hohe Skalierbarkeit hergestellt wird. Aber wie ist das überhaupt möglich? Was ist sozusagen der Fokus oder der Baustein dessen, der das ermöglicht? Und hier sprechen wir eben von IoT-Geräten bzw. auch vernetzte Geräte, die die Basis für diese IoT-Lösungen bieten. Ja, wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie ist es möglich, IoT-Lösungen letztendlich auch bereitzustellen, da stehen wir immer vor großen Herausforderungen, die vor allem auf die Sicherheit sich beziehen. Welche Sicherheitsprobleme oder Herausforderungen sich ergeben, wenn beispielsweise verbundene Geräte in IoT-Lösungsanbietern oder von Komponenten oder Geräteherstellern genutzt werden? Auf der linken Seite sind diese Sicherheitsprobleme vor allem durch Cyberangriffe bedingt aufgeführt. Sie reichen von Malware-Infektionen, also veraltete Betriebssysteme, die nicht mehr verfügbar sind oder die nicht über die neuesten Sicherheitsupdates und Patches verfügen, wodurch sie anfällig für Malware-Infektionen sind. Und diese Infektionen können zu Datenverletzungen oder Systemkompromittierungen führen. Darüber hinaus beispielsweise Datendiebstahl, das heißt, Angreifer können Schwachstellen in veraltenen Betriebssystemen ausnutzen, um sensible Daten zu stehlen. Diese kann zu Datenschutzverletzungen, finanziellen Verlusten oder gar Schädigungen des Rufs eines Unternehmens führen. Man nennt die Kompatibilität mit neuen Sicherheitstechnologien. Neue Sicherheitsfunktionen sind nicht mit älteren Betriebssystemen kompatibel, sodass sie anfällig für Angriffe sind. Moderne Sicherheitslösungen und Protokolle funktionieren auf Altsystemen möglicherweise nicht wie vorgesehen. Regelmäßige automatische Aktualisierung. Diese Updates sollen die Geräte auf den neuesten Sicherheitspatches, Fehlerkorrekturen oder neue Funktionen auf dem neuesten Stand halten. Diese automatischen Updates können jedoch auch eine Gefahr für den Betrieb kritischer Anwendungen darstellen, da die Kompatibilität neuer Updates nicht immer gewährleistet werden kann. Dies gilt insbesondere für Anwendungen, die stark angepasst sind oder spezielle Hardwareanforderungen haben. Ausnutzbare Hintertüren. Ältere Hardwaresysteme können Sicherheitslücken aufweisen, die nicht mehr an den modernen Standards entsprechen, zum Beispiel Standardpasswörter, die viele Unternehmen nicht aktualisiert haben. Auch Schlupflöcher oder Schwachstellen in Betriebssystemen sind ein weiterer Grund. Cyberkriminelle können Schwachstellen für alten Betriebssystemen ausnutzen, um sich unbefugten Zugriff auf Computersysteme zu verschaffen. Und dieser unbefugte Zugriff kann zu Datenverletzungen oder Systemkompromittierung führen. Und last but not least, Denial-of-Service-Angriffe. Angreifer können Schwachstellen in Betriebssystemen ausnutzen, um das Angriffe zu starten. Bei diesen Angriffen werden wiederholt gefälschte Anfragen gesendet, um das System zu überlasten, was zu Unterbrechungen der Dienste und der potenziellen finanziellen Verlusten führt. Diese Art von Cyberangriff, der zieht darauf ab, einen Computerserver oder auch ein Netzwerk für den vorgesehenen Benutzer unzugänglich zu machen, die bei dem normalen Betrieb des Geräts unterbrochen wird. Und der häufigste Grund für die DOS-Angriff ist dann die Überlastung des Datennetzes. Auf der rechten Seite stehen jedoch auch andere Herausforderungen anderen Ausmaß bereit, um die sich beispielsweise ein Chief Information Officer oder ähnliches Personal kümmern müssen. Wie zum Beispiel Lücken in der Authentifizierungs- oder Datenschutzkompetenz. Darunter fallen zum Beispiel unsichere Schnittstellen, Authentifizierung ist der Schlüssel, unzureichender Datenschutz, also unsichere Kommunikation und Datenspeicherung, IoT-Kompetenzlücken, schlechtes IoT-Gerätemanagement, das heißt also eine Schatten-IoT, die nicht verwaltet wird oder die unbekannt oder sogar nicht autorisiert ist. Die Frage ist also, wie diese Herausforderungen gelöst werden können. Die Antwort ist einfach, indem Sie eine angeschlossene Geräte effizient und sicher verwalten. Berücksichtigen wir die Cybersicherheit, sorgen Sie für Zugänglichkeit und Konnektivität. Überwachen Sie den Zustand der Geräte, ermöglichen Sie deren Wartung und den gesamten Lebenszyklus. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, denn die Unternehmen sehen sich häufig mit der Falle konfrontiert, dass sie der Annahme sich hingeben, dass die manuelle Geräteverwaltung eine geeignete Lösung für die Bewältigung dieses Problems sein könnte. Die Realität sieht jedoch anders aus, dass die manuelle Geräteverwaltung oft schlecht durchgeführt wird und zusätzliche Risiken bietet, dass sie auf dem Do-it-yourself-Syndrom beruht. Die Verwaltung der Geräte liegt in der Verantwortung von IT-Managern oder F&E-Abteilungen. Diese Mitarbeiter sind zweifelsohne hochqualifiziert, aber die Verwaltung einer ganzen Flotte von tausenden Geräten ist nicht einfach, da nicht jedes Gerät die gleiche Hardware und die Anwendung hat und die Ressourcen begrenzt sind. Manuelles Gerätemanagement ist außerdem zeitaufwendig, schwierig zu skalieren, begrenzter Einblick in den Gesundheitszustand, keine umfassenden Analysen und Korrelationsunmöglichkeiten von Gesundheitsdaten, Datenüberlastung führt zu ineffizienten Einschränkungen, was die gesamte IoT-Lösung und ihre Auswirkungen im Betrieb bei der Skalierung unvorhersehbar macht. Die Vorteile und die Schmerzpunkte, die letztendlich IT-Manager, Service und Support oder auch gerade Chief Digital Officer betreiben, gehören zum Beispiel die Minimierung der Komplexität für IT-Teams, ein 24-7-Übersicht über die global verteilten Geräteflotten oder auch eine sichere Verschlüsselung von Anwendungen Ende zu Ende. Eine kontinuierliche Bereitstellung im gelaufenen Betrieb. Darüber hinaus wollen natürlich auch Kosten für Hardware und Installation und Wartung ständig reduziert werden, die Zeitersparnis durch effektive Fehlersuche oder auch unmittelbare Support-Tiefe bis auf die SPS-Ebene und ein proaktives und vorausschauendes Handeln für das gesamte Serviceteam. Was Chief Digital Officer betrifft, spielt vor allem die Monetarisierung von Software-Lizenzen und auch kundenspezifische Anwendungen im Vordergrund oder auch die Steigerung des Maschinenumsatzes durch digitale Services. Darüber hinaus kann man sich durch den Einsatz von nicht-manuellen Gerätemanagement auch beispielsweise sich vom Wettbewerb abheben und dadurch einen erhöhten und beschleunigten Time-to-Market ermöglichen. So, ich denke, ich habe genug über die Herausforderungen, Probleme sowie über die Risiken gesprochen. Vielleicht fragen Sie sich, ob es einen Ausweg gibt, um letztendlich dieses Problem auch zu beheben. Und ich habe tatsächlich auch eine Lösung mitgebracht. Um sichere IoT-Lösungen bereitzustellen, möchte ich Ihnen einige Schritte und Maßnahmen nennen, die Sie berücksichtigen sollten. Was sind die Sicherheitselemente, die Sie beachten müssen? Also, erstens ist die Sicherheit durch ein Security by Design zwingend notwendig. Security by Design auf allen Ebenen, vom Gerät über das gesamte System, über das Netzwerk bis zu den verwendeten Anwendungen und Cloud-Diensten, wie es hier über die Säulen dargestellt ist. Was bedeutet Security by Design? Im Grunde sind das drei verschiedene Begrifflichkeiten, die da runterfallen. Das ist zum einen die Vertraulichkeit, also der Schutz vor unberechtigem Zugriff auf Informationen, die Integrität, Schutz vor unbefugten Veränderungen von Informationen und letztendlich die Verfügbarkeit, also der Schutz vor der Verweigerung des Zugriffs auf Informationen. So, Hand aufs Herz, können Sie das wirklich auf allen Ebenen leisten? Und da, wo liegt die Kernkompetenz der Hersteller von Geräten und Komponenten? Ein wichtiger Teil, der im Bereich der Security by Design fällt, ist der Entwicklungs- und Bereitstellungsprozess. Dieser reicht von, wie gesagt, dem Entwicklungsprozess. Hier ist es wichtig, dass man Erfolg durch aktives Projekt- und Produktmanagement nach Scrum durchführt, dass man eine schnelle Entwicklung für neue Features ermöglicht, beispielsweise auch automatisierte Bildprozesse nutzt, um letztendlich auch einen Continuous Integration Prozess darzustellen, um so auch kurze Entwicklungszyklen zu gewährleisten. Automatisierte Tests ermöglichen die Bereitstellung einer Version innerhalb kurzer Entwicklungszyklen von beispielsweise zwei bis drei Wochen. Auch der Deployment-Prozess ist dabei wichtig, beispielsweise ist es dort essentiell, skriptbasierte Infrastrukturen zu nutzen, um schnelle Reaktionen auf Veränderungen oder Anforderungen der Integration und Szenarien-Tests mit Risikobewertung zu nutzen. Oder auch ein automatisierter Rolldown neuer Versionen auf alle Staging-Systeme, beispielsweise man nutzt hier einen Testserver, ein Spiegelsystem oder auch ein Produktivsystem. Und so kann man erfolgreich schrittweise nach jedem erfolgreichen Test ein weiteres System ausrollen. Auch eine kodierte Infrastruktur, Skriptkonfiguration auf dem Team Foundation Server oder auch ein paralleler Rollout auf mehrere Server sind hier gewisse Voraussetzungen und Maßnahmen, die hilfreich sind. Eine vollständige Übersicht über die installierten Versionen auf jedem Server sind sehr hilfreich. Auch ein Logging zur Erstellung von Netzwerkstatistiken, zum Beispiel der IP-Adresse bei Sicherheitsscans, beziehungsweise wenn beispielsweise dort auch sehr viel Traffic erzeugt wird, um das letztendlich auch nachvollziehen zu können. Auch Vertrauensbereiche sind hier sehr wichtig, also Genehmigungsprozess nach dem Vier-Augen-Prinzip. Weitere Maßnahmen sind beispielsweise Performance- und Trendanalysen, sowie die Überwachung von Systemparametern zur Vermeidung von Unterbrechungen des Produktivsystems beim Rollout oder auch im Betrieb. Und nicht zuletzt Tests von SSL-Zertifikaten, um zu verwalten, dass bei abgelaufenen Zertifikaten der Browser nicht mehr aufgerufen werden kann. Dafür werden dann beispielsweise auch Sicherheitsüberprüfungen, beispielsweise von SSL-Labs, Verschlüssel durchgeführt. Ein weiteres großes Thema, das bei der Entwicklung von sicheren IoT-Lösungen beachtet werden muss, ist das Lieferantenmanagement. Der ein oder andere hat schon von dem Software Build-of-Material oder auch SBOM gehört. Und dabei handelt es sich eben um ein Software Build-of-Materials. Das hilft, Softwarekomponenten im Blick zu behalten und die Software-Lieferantenkette abzusichern. Dazu gehören beispielsweise Kenntnisse darüber, welche Komponenten eines Softwareprodukts und ihre Beziehung innerhalb der Software-Lieferantenkette beschreibt und auch klare Handlungsempfehlungen ausgibt. Eine S-Punkt gibt es einerseits an, welche Pakete und Bibliotheken in ihrer Anwendung eingeflossen sind, andererseits auch die Beziehung zwischen diesen Paketen und Bibliotheken und anderen vorgelagtenen Projekten. Das ist besonders wichtig, wenn es um wiederkehrenden Code gibt oder auch Open-Source-Komponenten eingesetzt werden. Früher wurde das offline und mit Excel oder gar Papier gemacht, was meist sehr statisch ist und schwer zu verändern oder auch zumindest schwer zu erhalten. Heutzutage, wo wir buchstäblich von Schwachstellen umgeben sind, ist es kein angemessener Weg, damit umzugehen. Eine manuelle Nachverfolgung ist einfach unmöglich und nachlässig, um ganz offen zu sein, weil Risiken nicht rechtzeitig oder meist gar zu spät erkannt werden. Stattdessen verwenden Hersteller Technologien oder auch Software, die sehr dynamisch ist und Datenbanken für CVE, CVE, Common Williabilities and Exposures oder die Aufzählung gemeinsamer Schwachstellen nachvollziehen zu können. Und diese Lösungen erhöhen das Bewusstsein und die Transparenz und erleichtern so auch die Problemerkennung. Das Mindeste, was die also tun können, ist zu wissen, was der Status quo ist. Und das hilft schon einmal, um letztendlich auch Maßnahmen einleiten zu können. Zu guter Letzt ist ein weiterer wichtiger Schritt die Prüfung und Validierung. Hier sprechen wir beispielsweise von regelmäßigen Penetrations- und Überwachungsmöglichkeiten, Diensten und Systemen, die am Markt zuhause verfügbar sind. Man muss sie eigentlich nur nutzen. Auch Szenarien-Tests für jeden Restaufruf oder zumindest für vier verschiedene Testbenutzer, beispielsweise für einen Admin, ungültigen Benutzer, Nichtbenutzer oder auch gültige Benutzer. Dann auch automatische Abfrage bei den Datenbanden, wenn neue Aufrufe vorhanden sind, aber keine Tests vorhanden sind. Verschiedene Arten von Tests, Freigabetests für bestimmte Funktionalitäten, je nach Wahrscheinlichkeit oder nach bestimmten Zeiträumen werden diese eben erzwungen. Für neue Funktionalitäten ist beispielsweise auch vorgeschrieben, dass man bestehende Tests erweitert und so auch neue Tests ständig ausbaut. Und der Schwerpunkt liegt hier auf den Verhaltenstest von Funktionen und nicht auf dem Design oder der Benutzerfreundlichkeit. Wenn wir von Sicherheit sprechen, führt kein Weg auch an den fortschrittlichen Cybersicherheitsvorschriften der EU-Gesetzgebung vorbei, die entweder bereits in Kraft ist, wie beispielsweise die NIS, das ist ein Netzwerk- und Informationssystem mit Fokus auf kritische Infrastrukturen wie Anbieter digitaler Dienste, Energie, Gesundheit, Verkehr, Banden, digitale Infrastruktur oder auch Finanzmarktinfrastruktur. Oder es gibt auch solche, die eben noch am hohen Kurszern sind und gerade in der Entwicklung. Beispielsweise eines der wichtigen Gesetze ist das EU-Cybersicherheitsgesetz. Das ist ein EU-weiter Rahmen für die IT-Sicherheitszertifizierung von Produkten, Dienstleistern und Prozessen. Ich habe hier nochmal ein paar wichtige Standards, die vor allem für 2024 für Komponenten- und Gerätehersteller von Bedeutung sind, aber auch für Maschinenbauer. Und vier dieser Standards wollte ich jetzt hier nochmal im Detail aufführen. Beispielsweise den EU-Data-Act, der ist eine neue Verordnung, die einheitliche Regeln für die Zugang von Daten, oder auch den Wechsel von Cloud-Anbietern und die Interoperabilitätsanforderungen in der EU festlegt. Und sie gilt sowohl für personenbezogene als auch für nicht bezogene Daten und zieht darauf ab, Hindernisse für die Nutzung und Weiterverwendung nicht personenbezogener Daten, insbesondere von Daten, die von vernetzten Produkten und damit verbundene Dienste erzeugt werden. Damit soll zum Beispiel der Zugang zu Daten- und Verbraucherrechten geregelt werden, Förderung des Wettbewerbs im After-Sales-Markt, Datensicherheit und Standardbeschränkungen gemütlich werden. Und die Quintessenz daraus ist eine erhöhte Compliance-Verantwortung. Ein weiterer Standard ist der European Cyber Resilience Act. Das ist ein Vorschlag für einen Rechtsrahmen zur Festlegung von Anforderungen an die Cybersicherheit von Hardware- und Softwareprodukten, die in der Europäischen Union in den Verkehr gebracht werden. und er soll sicherstellen, dass die Hersteller die Sicherheit während des gesamten Lebenszyklus eines Produkts ernst nehmen und die Bedingungen schaffen, die es Nutzerinnen ermöglichen, bei der Auswahl und Nutzung von Produkten mit digitalen Elementen die Cybersicherheit zu berücksichtigen. Und Meilensteine erster Gesetzeswurfs sind bereits vorhanden, der sich speziell mit der Cybersicherheit von Produkten mit digitalen Elementen auseinandersetzt. Und hier liegt der Fokus vor allem auf dem Security-by-Design-Konzept, das ich eben schon vorgestellt hatte, oder auch der Herstellerverantwortung über den gesamten Lebenszyklus. Spezielle Sicherheitsanforderungen für IoT-Geräte, also den Schutz der personenbezogenen Daten und finanzieller Daten und auch Produktkategorien und Bewertungsverfahren. Und die Quintessenz daraus ist, dass man eine tiefgreifende Veränderung in der Art und Weise, wie sich digitale Produkte entwickeln, auf den Markt bringt. Und er wird Hersteller dazu verpflichten, die Sicherheit von Produkten mit digitalen Komponenten von der Entwurfs- und Entwicklungsphase an über den gesamten Lebenszyklus zu verbessern und einschließlich Hardware- und Software-Updates und neue Versionen auf den Markt zu bringen. Bei all diesen Standards ist ein wesentlicher Punkt zu berücksichtigen. Sie entwickeln sich immer weiter. Sie stehen nicht still. Ein gutes Beispiel ist die nächste Richtlinie, die NIS-2-Richtlinie. Um es klar zu sagen, Sie als Hersteller sind verpflichtet, diese umzusetzen. Das Hinarbeiten auf die Einhaltung ist nicht zu vernachlässigen. Vor allem, wenn Ihre Anwendungen in kritischen Umgebungen stattfinden und es gibt nicht viel Zeit zu verlieren, sondern es ist Zeit zu handeln. Die einzige Möglichkeit, sich dem zu entziehen, besteht darin, keine vernetzten Geräte und Lösungen zu verwenden. Aber dies steht außer Frage. Aber ob sie wirklich eine praktikable Option ist, das glaube ich nicht. Sonst würden Sie sich nicht hier sitzen und sich auch diesen Vortrag anhören. Und deshalb auch noch mal ein paar Punkte zu der NIS-Richtlinie, die sich mit dem Netzwerk und Informationssicherheit betrifft. Es ist auch eine EU-weite Rechtsvorschrift, die rechtliche Maßnahmen zur Verbesserung des allgemeinen Niveaus der Cybersicherheit in der EU vorsieht, indem sie Bereitschaft und Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten sicherstellt und die wichtigsten Akteure in den Schlüsselindustrien verpflichtet, Sicherheitsnamen zu ergreifen. Auch hier ist ein breiter Anwendungsbereich. Besonders ist, dass die Sektoren hier auch noch mal erweitert wurden in dieser neuen Richtlinie. Es wird hier zwischen der Art der Einrichtung, also wesentlich und wichtig, unterschieden, als auch der Unternehmensgröße und dem Umsatz und Sicherheitskontrollen und Überwachung gemäß dieser NIS-2-Richtlinie soll dazu führen, dass beispielsweise die Priorisierung der Sicherheit in der Lieferkette gewährleistet ist, dass ein Fokus auf das Risikomanagement gestellt wird und man eine verstärkte Zusammenarbeit mit IT-Dienstleistern fokussiert. Die letzte der wichtigen Richtlinien ist die EC 62443. Das ist eine internationale Normreihe, die sich mit der Cybersecurity für die Betriebstechnik in Automatisierungs- und Steuerungssystemen befasst und sie enthält Richtlinien für die Absicherung von industriellen Steuerungssystemen. Und wurde ursprünglich für die industriellen Prozessindustrie entwickelt, ist aber mittlerweile eine Vielzahl von Branchen anwendbar. Die Standards verfolgen einen risikobasierten Ansatz zur Cyber-Sicherheit und bieten einen Rahmen für systematische Bewertung, Minderung und das Management von Cyber-Sicherheitsrisiken im industriellen Automatisierungs- und Steuerungssystem, um die Zuverlässigkeit und Sicherheit kritischer industrieller Prozesse und Infrastrukturen sicherzustellen. Es ist damit auch ein wichtiger Leitfaden für Hersteller im Bereich der industriellen Automatisierung, um den wachsenden Herausforderungen im Bereich der Cyber-Sicherheit zu begegnen. Sie ist aufgeteilt in vier Teile, General Policies and Procedures, System and Components und System Requirements. Und daraus ergeben sich drei Tipps. Zum einen, ein sicherer Entwicklungsprozess in den Mittelpunkt zu stellen, regelmäßige Schonungen der Mitarbeiterinnen durchzuführen und auch die Erwägung eines Edge-Device-Managements. So, dann lassen Sie uns mal einen Reality-Check durchführen. Ist das, was ich jetzt alles aufgeführt habe, an Maßnahmen und Sicherheitstipps, ist das tatsächlich machbar für ein vorgenanntes Team an IT-Managern? Gerade, wenn man daran denkt, dass wir das Beispiel der Ladestationen, wenn es sich um zehntausende von hochleistungsfähigen Ladestationen handelt, das alles umzusetzen. Ich behaupte erst mal nein, denn die Kernkompetenz im Hersteller liegt in der Anwendungsentwicklung. Und hier gibt es zahlreiche Lücken, die eben noch geschlossen werden müssen. Zum einen braucht man Kenntnis über die Hardware, man braucht Fachwissen über eingebettete Software, Kenntnisse über die Netzwerksicherheit und mehrschichtiges Konnektivitätskonzept. Das alles zu stemmen, ist fast unmöglich. Was unser Team jedoch, wo unser Team sozusagen Sie auch unterstützen kann, ist ein automatisiertes Gerätemanagement, das folgende Vorteile bietet, um Ihr Unternehmen zuzugssicher zu machen. Das ist zum einen datengesteuerte Analyse und Entscheidungsfindung, verbesserte automatisierte Abläufe, erhöhte Sicherheit, naturlose Konnektivität und eine gesteigerte Effizienz. Wie bekommen wir das hin? Eine mögliche Lösung, die ich hier vorheben möchte, ist das Carport. Das ist eine komplette Flottenmanagement-Lösung für Edge-Devices, die die Contron in den letzten zwei Jahren entwickelt hat. Sie besteht aus fünf Schlüssel-Services, die die Lösung letztendlich ausmacht und reicht von Device-Management über ein sicheres Betriebssystem, das sich Contron OS nennt, und auch eine Docker-Management-Lösung. Vielleicht als passendes Beispiel Richtung Device-Management gedacht, also eine globale Überwachung der vorgenannten Ladestationen für Elektroautos. Das Gerätemanagement stellt sozusagen sicher, dass bei der Verwaltung einer Flotte von Ladestationen, insbesondere wenn diese Stationen über die ganze Welt verteilt sind, diese gut zu überwachen sind. Und die Erlösung erleichtert die Verwaltung, Überwachung und den Betrieb der Ladestationsflotten unabhängig von deren geografischen Verteilung. Ein weiteres Beispiel für das Docker-Management ist beispielsweise die Vereinfachung und Handhabung mehr über Docker-Container für KI-Inferenz von industriellen Dichtungen im ATX-Umgebung, in kritischen Umgebungen, wo beispielsweise Kleidringdichtungen, Dichtungsversorgungssysteme oder auch Kompensatoren oder Flachdichtungen schwer zugänglich sind. Aber weit verbreitet ist die Sicherheit und Zuverlässigkeit von größter Bedeutung. Deshalb wurde ein komplexes Überwachungs- und Analysesystem mit Open Thread-Routern und KI-Inferenz implementiert, dass nicht nur die Konfiguration und Verwaltung und Bereitstellung mehrerer Docker-Container in einer Flot-Management rationalisiert, sondern auch die Bandbreite und das Datenvolumen und die Roaming-Kosten für das Update auf ein Minimum reduziert hat. Zwei weitere Services, die das umschließt, ist das Remoting und der VPN-Service. Ein gutes Beispiel dafür ist, dass man beispielsweise auch Aktualisierung oder Fernsupport für Fahrkartenentwerter des öffentlichen Nahverkehrs ausrollen kann. Das heißt, das Gerätemanagement kann zur Fernaktualisierung der Software von Fahrkartenentwertern verwendet werden, um sicherzustellen, dass sie über die neuesten Funktionen und Sicherheitspatches verfügen. Und wenn ein Fahrkartenentwerter nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Techniker mit Hilfe des Gerätemanagements eine Ferndiagnose stellen und das Problem möglicherweise begeben, ohne dass ein Techniker dann das Gerät vor Ort aussuchen muss. Was wir als Contron bei der Entwicklung dieser Lösung im Auge behalten haben, ist, dass die Lösung die Geräte und Komponentenhersteller in ihrer Kernkompetenz unterstützen und dass sie ihre Anwendungen bauen können. In Bezug auf die Sicherheit, als einen wichtigen Aspekt, den wir hier bei der Entwicklung berücksichtigt haben, wie erreichen wir das? Indem wir ein sicheres und gehärtetes Betriebssystem bereitstellen, damit sie ihre Anwendungen zuverlässig ausführen können. Und die Hauptmerkmale des Contron OS, also des genannten Betriebssystems, sind, dass es zum einen flexibel und portabel ist, das heißt, Linux-basiert kann flexibel für Intel x86 oder auch ARM-basierte Geräte verwendet werden. Es ist zugeschnitten auf Docker-Container, denn häufig werden in diesem Umfeld eben kontainerisierte Applikationen eingesetzt und diese sind gleichgewichtig und ideal für die vernetzten Geräte und Containeris schafft so eine sichere Umgebung, um diese auch zu betreiben. Darüber hinaus ist es Containeris reduziert auf das Wesentliche, das heißt, ein minimales Linux-Betriebssystem mit allen notwendigen Funktionen, die es für einen reibungslosen Betrieb braucht, aber eben kein Schnickstack, der nicht benötigt wird. Dann auch eine maximale Abteilung, das heißt, zwei redundante Partitionen, aktiv und passiv, sorgen dafür, dass eine maximale Abteilung im Falle eines Ausfalls und einer Unterbrechung eben gewährleistet sind. Darüber hinaus beinhaltet eben das sichere Betriebssystem Containeris noch weitere Sicherheitsfunktionalitäten, wie schon angesprochen, die Redundanz, die sich aus diesen zwei Partitionen ergibt, sodass, wenn beispielsweise ein automatisches Rollback erfolgt, wenn beispielsweise eine Unterbrechung vonstatten ist oder die neue Version nicht so reibungslos funktioniert, wie das eigentlich geplant ist, dass wir auch eine klare Separierung zwischen dem Betriebssystem und auch der Applikationslehne haben, das heißt, auch Applikationen können weiterhin funktionell, auch wenn beispielsweise das Betriebssystem Probleme aufweist. Dann werden kontinuierlich sozusagen CVE- und CWE- Investigationen durchgeführt, indem man gleiche mit entsprechenden Datenbanken durchführt und dass wir eben auch einen integrierten Sicherheitsmechanismus auf Bootlevel haben, der Hardware-basiert ist, aber auch Software-basiert hängt davon ab, welche Hardware letztendlich dann auch einsetzt. Genau. Ein weiterer wichtiger Aspekt in dem Bereich ist nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Automatisierung, die letztendlich so ein automatisiertes Rätemanagement auch mit sich bringt und was hier unglaublich weiterhilft. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht, wie beispielsweise auch diese Applikationen aufgebaut sind. Das heißt, man kann über verschiedene Drag & Drop oder auch Docker Compose Systeme diese Images aufbauen und in einzelne Container verpacken beziehungsweise auch Container Sets aufbauen, um letztendlich diese automatisiert auszurollen. Und dafür werden beispielsweise solche Vorlagen eingesetzt, die generell aufgebaut werden und dann auf verschiedene Geräte automatisiert ausgerollt werden. Werden Änderungen an diesen Templates vorgenommen, dann kann auch dediziert festgelegt werden, an wen diese Templates oder an welches Gerät diese Templates letztendlich auch wieder ausgerollt werden. Diese Templates bestehen damit also aus dem besagten Betriebssystem und auch dem jeweiligen Container oder auch dem Container Set. Zweiter Teil also nicht nur die Erstellung der Templates ist wichtiger Bestandteil sondern natürlich auch wie letztendlich die Update Zyklen automatisiert werden können. Im Grunde ist das ein sukzessiver Prozess gerade wenn auch neue Updates erstellt werden ist es in der Regel wichtig das erstmal in der Nähe zu testen viele Anwender bzw. Hersteller von diesen Anwendungen nutzen dafür sozusagen ihr Labor und setzen dort erstmal Einzelgeräte an die auch noch zu erreichen sind falls irgendwelche Updates nicht funktionieren. Darüber hinaus lässt sich dann auch dediziert festlegen okay ich möchte jetzt diese Anwendung nicht nur auf ein Einzelgerät ausrollen sondern vielleicht auf alle Geräte in einem bestimmten Radius in einer bestimmten Region am besten eben auch noch nicht so weit weg sodass ich auch da vielleicht noch ein Personal hinschicken könnte wenn irgendwas nicht funktionieren sollte und darüber hinaus lässt sich das dann natürlich auch global ausrollen und skalieren das heißt wenn diese Updates funktionieren kann ich ganz dediziert festlegen in welchen Bereichen für welche Geräte Gruppen bzw. welche Regionen jetzt dieses Update ausgerollt wird und dabei unterstützt sie eben das Carport ebenfalls und nicht zuletzt spielt natürlich auch die Flexibilität eine große Rolle nicht jede IoT Lösung ist gleich und die Anforderungen an Hardware Betriebssystem und Anwendung können sehr unterschiedlich sein um dies zu berücksichtigen wir bieten eine flotten Managements Lösungen die sozusagen zu ihrer Anwendung passt und nicht umgekehrt wie können wir das garantieren indem wir verschiedene Managed Services anbieten das heißt das Carport kann entweder als Standard IoT Stack mit ausgewählter Hardware verwendet werden um sofort loszulegen und alle Komponenten sind getestet und Einsatzbereichen wenn sie jedoch geringfüge Anderungen an der Hardware oder ein BNR benötigen oder das modifizierte Standard dann ist der modifizierte Standard ein richtiger Weg und vermutlich ist ihre Lösung komplett maßgeschneidert wenn das der Fall ist sind wir auch in der Lade Projekte zu realisieren die von der Hardware den BIOS dem Betriebssystem und der Anwendungsentwicklung vollständig customized sind also haben sie die Möglichkeit zwischen verschiedenen Optionen zu wählen die eben zu ihrer Anwendung passt nicht zuletzt wollte ich noch mal kurz einen Ausblick geben wie denn auch das gesamte SUSITEC Portfolio zusammenspielt wir hatten jetzt mehrfach gesagt wie wichtig die Sicherheit und auch die Konnektivität ist in der linken Spalte ist eben das Control S zu sehen das Sicher Betriebssystem das eben auf einem Gerät installiert ist über diese Docker Container werden eben diese Applikationen die der Hersteller selber entwickelt beziehungsweise auch Konnektivität beispielsweise herstellen soll in Verbindung zu der Endlösung oder auch von Maschinen ist sozusagen da gewährleistet der Haupt Use Case ist hier eben ein sicheres Betriebssystem für den Betrieb von Docker Container und auch nativen Applikationen im Zusammenhang mit dem Carport wird dann ermöglicht dass eben dieses Flottenmanagement weltweit gewährleistet wird und so auch im Device Management im Docker Management und auch Remote Support durchgeführt werden kann und wenn Sie noch eine Stufe weiter gehen wollen und sich tatsächlich auch dem Thema digitale Services widmen das heißt mit Ihrer Endanwendung das kann eine Maschine sein das kann wie gesagt auch die Ladestation von der ich vorher gesprochen habe sein und damit eben auch langfristig neue Services aufbauen möchten dann könnte ja weiterum um die Lösung Equipment Cloud eben sinnvoll sein weil hier eben auch das Lifecycle Management der gesamten Anlage berücksichtigt werden kann ein Kundenportal aufgebaut oder auch proaktiver Service und Aftersales gewährleistet werden kann genau so bleibt mir am Ende meines Vortrags eigentlich nur noch eine letzte Frage wie sichern Sie Ihre IoT Lösungen für die Zukunft ab und um es kurz und bündig zu machen im Grunde geht es darum Sicherheit im Kern zu haben die Automatisierung im Herzen und Flexibilität im Kopf und damit möchte ich meinen Vortrag für heute beenden Vielen Dank